theodor minier woik schon mal gegen ihn gespielt kann mich nicht erinnern ich habe jetzt drei aus fünf oder aber nominell nur schlechtere gegner da war nicht eine im dabei nur fm cm auf den kopf zu schütteln konzentriere ich spiel diese variante kommt regelmäßig aufs brett 6 ist das beste in solchen varianten also hier ist 6 der beste zug die meisten spielen aber d5 hier die stellung hatte ich schon gefühlt 100 mal die fünf spielen die meisten und spielen jetzt springer e4 ok deswegen spielt man könig a1 nur um weg zu gehen das kostet alles zeit was er macht da und dann habe ich dieses motiv hier sehr gut der springer kann zwar nach e5 aber d4 hängt nicht der ist dreimal gedeckt g4 hätte ich spielen können hier step zuerst ich spiel zu schnell manchmal ich bin zu schnell g4 springer 6 h3 ja jetzt kann nach g4 springer haften kann man nicht weil der d7 hängt jetzt kann aber nach e7 zurück das ist der unterschied so nervig manchmal wie spiel ich will die vier sind machen unbedingt auf die drei vielleicht vielleicht hier mit dieser drohung seine struktur zu schwächen ja und jetzt vielleicht laufer f2 laufer a4 die figuren so ein bisschen verbessern hier fesseln der springer macht druck gegen den ist ein bisschen unangenehm die stellung für ihn b linie ist jetzt nicht so das riesenproblem da er geht zurück ok ja das ist sinnvoll läufer h4 trotzdem oder ja klar fesseln eventuell läufer f6 er geht weg turm b1 dame a7 dame irgendwo hin er kann nicht nehmen oder er kann aber springer d4 spielen sehe ich gerade gleich warte mal ne kann er nicht weil die 7 und wenn dann nimmt okay ich muss so nehmen wenn er da nimmt kann ich da nehmen man springer d4 geht das gibt es doch nicht wieder ein zu spät gesehen ich es ist unfassbar ich kriege meinen bauern wahrscheinlich wieder wegen dame a7 läufer e7 dame e7 springer a5 dame a3 so lächerlich spachsinn ist mal echt weil ich einfach nur fehler mache dumme fehler die ganze zeit sinnlose fehler was ist denn das für uns so 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 wie viele fehler ich mache heute Anforced Errors Ich manövriere mich in eine schlechte Stellung Dann habe ich natürlich auch verlegt die Lust Weil ich so total doofe Fehler mache Hier G4 Das ist plus 2 Dann muss er da hin wieder zurück H3 und der Springer ist aus dem Spiel raus Wieso spiele ich dann so schnell an einer Stelle hier? Ich meine die Stellung ist immer noch klar besser Ich stehe plus 2 in der Stellung Wieso verliere ich sowas? Ja genau, weil ich den D4 natürlich total dusselig einstelle Ich kann natürlich auch mit dem Läufer Hier auch wieder A Tempo, Dame B1 Wieso nicht Läufer B1? Dann ist der D4 gedeckt Es ist unglaublich Warum ziehe ich so reflexartig? Läufer B1, dann ist der gedeckt Dann geht dieses Motiv nicht Ich habe es auch gesehen So unnötig Und jetzt hat er Springer D4 Und jetzt ist es wirklich Schwierig Jetzt muss ich sonst so viel Dame B7 finden Was ist denn das für ein Zug? Das ist nicht Computerzug So, so Dann hängt der Springer Dann haben wir einen Bauern weniger So unnötig So unnötig Der dritte dumme Fehler Heute wieder Und vor allen Dingen Warum nehme ich nicht mit dem Läufer? Der ist gedeckt Dann geht das nicht Ich habe einen riesen Vorteil In der Stelle Das Problem ist, der Freibauer ist zu stark Das ist praktisch nicht zu halten Der A-Bauer ist Der A-Bauer ist eher eine Schwäche Aber der Bauer hier ist zu stark Ich komme hier nicht mehr zurück Ich muss hier sowas wie R5 probieren Natürlich auf den schwarzen Nee, schwarze was für schwarze Felder Kann man einfach nehmen Die Engine sieht natürlich noch Irgendwelche Dönekes hier Mit Dauerschach Aber er muss ja nicht nehmen Das ist praktisch nicht zu halten Ist das Problem Weil der Bau einfach zu stark ist Hier muss ich wie eine Maschine spielen Das geht nicht Was für blöde Fehler, ey Ich kann auch einfach Aber damit C2 oder damit hier sowas spielen Und damit hier Den Springer decken Wenn er nimmt Nämlich mit dem Turm Ich habe die B-Linie Dann bin ich ein bisschen ungeduldig gewesen So schlecht Dann kommen Sie bitte Den